3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 10. 11. 14. 15. 15. 24. 15. 14. 18. 50. 18. 19. 20. 18. 21. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 24. 25. Nein, ach verdammt, der Quittenturm, der Quittenturm, von Dragon Ball. Ja, du musst nichts sagen. Ja, ich bin gerade hier was am einstellen. Achso. Keine Ausdauer, der Junge. Der Junge, mein Mann ist Kandiz hoch. Ne, ich meine hier mein Typ. So. Wie komme ich jetzt da hoch? Loll, musst du ja jetzt hoch? Okay, okay, okay. Ich glaube, ich weiß, was die von mir wollen. Die Datensammlung musst du sammeln, um deine Dings wiederherzustellen. Also um abzugraden. Wie soll man da bitte hochkommen? Ja, mit Anlauf. Oder so ähnlich. Ne, einfach nur springen. Du hast nur ein Gleitkram. Es ist nur ein Gleitkram. Ja. Ich komme ja nur mal hier hoch. Oh Gott. Ja, ich auch nicht. Ich muss jetzt erst mal... Du kriegst nur die ganzen Datensammlungen her. Die Linie überall. Das gibt es auch nicht. Ich komme da nicht hoch, ne? Ich werde ja auch beschossen von allen Seiten. Ist mir die da hinten. Ich muss den Schwung aufladen. Ja, mache ich ja. Aha. Loll. So, Warp-Punkt aktivieren. Wenn du stürzt, kannst du dich vom Boden des Turms zum höchsten aktivierten Warp-Punkt teleportieren, um Zeit zu sparen. Jo, was? Jo, was? Null. Oh, fast zu weit. So, und jetzt? Achso. Oh. Oh, ein Leike-Boss hier am Hochklettern. Ja, und jetzt? Oh, Böse, das war knapp. Loll. Wo muss ich hoch? Keine Ahnung, ob ich hier richtig hoch springe. Aber scheinbar. Nein! Oh, ich habe gerade fast schon wieder ganz runtergefallen. Ähm. Ich habe Wortschrumpen freigeschaltet. Glaube ich. Ja, jetzt. So. Jetzt? Da hoch. Du bist ja noch höher als ich. Krass. Oh, nein! Nein! Dammit. Oh, ja, ich bin hoch. Dammit! Oh, Alter, das ist zu weit. Lol. Wieso man da hochkommt? Oh. Ich habe einen vergessen. Wie komme ich da jetzt hoch? Mit diesem Warp-Ding in der Mitte. Hier. Ah, da. Turm hochwarpen. So, mal gespannt. Okay. So. Ist er jetzt hier rein, oder was? Oh, lol. Ich bin vorbeigesprungen. Ah, nee. Wohin? Da hoch. Da hinten, Ollik. Ah, nee. Falsch. Lol. So, wo soll ich jetzt hoch? Da. Hä, wohin denn? Ah, fuck. Oh, ist das krass schwer, Alter. Da hinten komm ich nicht drüber. Oder? So. Ich kommst denn da hoch. Tja. Menge Fantasie. Oh, das war knapp. Oh, ja. Bei mir auch. Ja. Böse, da kommst du aber nicht hoch, oder? Oh, sie ist auch klein, die Platte. Nein. Nein. Böse. Ich bin ganz runter. Jesus Christ, ey. Oh, das war knapp. Nummer 1. Nummer 1. So, wo muss ich jetzt hoch? Ah, jetzt muss ich wieder hier hoch. Hey, Alter. Krasser Scheiß. Nein. Oh, ich bin schon wieder da ganz runtergefallen. Ja, aktivier mal bitte so einen scheiß Warp-Punkt. Ja, ich bin gerade auf der Suche. Ah, hier. Ich hab einen. Danke. Jetzt komm ich hier gar nicht mehr hoch. So. Wo muss ich denn hin? Oh, hier sind Plattformen klein. Oh, nein. Ich krieg gar nichts mehr hin, gell? Warte, ich hab hier, glaub ich, noch einen gefunden. Ja. Spaß, die. Wow. Wow, das ist... Oh, fuck, ist das... Wow, ist das knapp. Oh, lol. Was müssen wir denn hier oben machen, Alter? Ja, auf den Turm. Ja, aber... So, und jetzt? Ah. Nochmal hoch. Jetzt hast du es irgendwie... Oh, hier wäre es ganz oben, der King. Ja, klar, der King. Am Arsch, Alter. Ja, siehst du, wer es ganz oben ist. Verpiss dich hier runter. Okay. So, geh zum Ziel. So. Geh zum Ziel. Wo ist denn der Ziel? Ach da hinten. Bist du schon da? LOL da hält der viel aus. Halt dein Maul. Wo ist denn der Ziel? Bei mir. Komm einfach zu mir. Oh ja wir haben ihn gekillt. Ich. Halt dein Maul ey. So. Was war das jetzt? Weiß nicht. Jetzt griff dich mit Keek auf dem Schiff. Oh Joll alter. Und Gas. Und Gas. Doch. Also ich habe nicht unendlich Ausdauer. Ich auch nicht. Aber trotzdem. Oh die Karate ist ja schon links zu. Aber egal. Ich werde schon wieder verfolgt. Das machst du auch immer für Sachen. Ich weiß nicht ich glaube das ist meine pure Anwesenheit die macht aggressiv. Ich glaube ich. Ey wir müssen mal so smart tun. Ey das machen wir auf jeden Fall. Also ich mache das auf jeden Fall. Boah keine Ahnung wo ich hier hinlaufe. Ich glaube auf jeden Fall falsch. Bis da rüber. So ein paar war es da. Na gut. Wenigstens auf eines verlass. Jetzt bin ich auch gleich da. Super. Jetzt bin ich auch gleich da. Super. Ich würde hier die Felsen hochkommen würde. Kiefen bist du. Natürlich am PC. Voll der Andi. In Schwarz. Oh ich komme jetzt erstmal gerade an die Tür. Oh yeah. Die Dubstep Kanone bitch. Wie wenn die nicht geil ist. Die ist geil. Glaub ich. So wo ist ein Kite. Noll. Hast du jetzt auch oder was. Normal. Toll hätte ich gar nicht hin müssen. Scheiße. Bin mal gespannt ob ich jetzt erst zum Friendly Fire muss. Ob oder ob wir jetzt die Dreck haben. Friendly Fire. Ja wahrscheinlich. Wo ist denn hier der nächste. Ah da unten. Telefon. Fahrzeuglieferung. Oder weil da ist ja so ein komisches Schloss davor. Müssen wir da erst irgendwas machen für oder. Da müssen wir hacken. Okay. Und voll vorbei. Ich nicht. Dann hack den mal. Da liegt sie. Das ist gar immer so einfach gell. Doch ist es. Gar nicht wahr. Will ich mal sehen. In deinem Let's Play dann. Wenn es einfach ist lache ich nicht aus. Ich finde es nicht einfach. Alter. Moment. Ich hoffe es nicht. Gibt es jetzt nicht. Oder. Was haben wir denn hier schönes. Oha Samurai Schwerter. Oder. Oh das hole ich mir auf jeden Fall. Anstatt ein. Äh. Baseball Schläger. So ein schönes. Äh. Katana Schwert. Ich krieg nichts hin. Ich weiß nicht wie. Lass mal ein paar Wochen ran. Super so. Wenn ich jetzt faile. Das ist lustig dann. So. Was haben wir denn hier. Das ist doch Ostner Ding. Ah ne. Ja. Aber du kannst ja nichts kaufen. Achso. Das Wagon. Wenn du dir denkst, bist du zu gut. Die steht nicht hin. Bro. Du willst mich echt verarschen. Pubbie. Okay. Hast gewonnen. So. Waffen kaufen. Spezialwaffen. Merica. Dubstep Kanone. Ein Escherer. Was ist da denn? Tentakel Schläger. Geil. Sieht lustig aus. So. Ansonsten. Was ist das denn? Tentakel Schläger. Oh Gott. Wie kann man den ausrüsten? Die Dubstep Kanone? Ne. Oder was? Hörsturzgewehr. Kann man die nochmal auswählen, die Waffen? Lila Tentakel. Schaden. Anpassen. All American. Ohr leck. Altes Gusseisen. Schon mit dem Standard, der sieht böse aus. Der Tentakelschläger ist ja wohl mal der Oberwahnsinn! Ohne Scheiß. Ne ich bleib bei der Baisy! Der ist der Hammer! Ey! Hol den, der ist der Oberwahnsinn! OHOTH! Kan der was Spezielles, oder was? Das ist ein geiles Teil. Vor allem, der bewegt sich, der ist auch wie so ein kleiner Dino-Schwanz. Ach, du bist schon da mit am Spielen, oder was? Ja, ich wusste ja irgendwo hin, wo Leute sind. Oh, lol. Hier, da hinten ist doch einer. Okay, soviel zu dem Thema. Wow, ist das geil, das Teil. Soll ich dir mal die Dubstep-Kanone zeigen? LOL. Wububububububuum. Was bräst du, Alter? Aber, viel zu geil. Wie die am Tanzen sind. Ja, die Oma. Techno-Oma. Und Doppelbeschallung. Die kaufe aus dem Auto rausgedubstabt. Gedubstabt? Aber der Tugelschläger ist echt cool. Ja, gell. Das ist irgendwie wie so ein Bezen. Und Stone Cold Stunner. LOL, ich hab dem gerade einen Stunner verpasst, über die Schultern. Ja, ich auch. Wenn du einen Anlauf nimmst, dann geht's an. Oh, längst ja geflogen. Gell, kannst die voll geile Welt nutzen. Komm, tanzt mal, ihr Puppen. Ja, ich würde sagen, wir beenden hier mit neiner Aufnahme. Ja, auf jeden Fall. Oh, jetzt haben wir hier schön Bekanntheit. Ja, also bis dahin in der nächsten Folge von Saints Row 4. Ciao. Bis dann, ciao.